Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Jungfrau-Mond. Sind wir jetzt drei Tage in Folge drin. Wir haben dazu an Tagesenergien heute 18 und 4 die 22, morgen die 23 und Samstag die 24. 24. Schaut mal, Herzheilung. Aber auch, dass das Herz jetzt nochmal aufzeigt, hier nochmal fließen lässt, was hier noch an Schattenaspekten ist, was am Herzen nagt, was einen im Leben Kummer bereitet. Da wird nochmal ein Licht draufgeworfen. Das wisst ihr aber, das hatten wir schon angezeigt für diese Woche. Die pläjadische Energien, Pläjaden-Energien, die man sich runterziehen kann, die Hilfestellung geben, um eben in die Herzheilung zu kommen. Wir haben Vollmond nächste Woche. Ja, da einen Schattenaspekt im Leben, der hier am Herz nagt. nochmal, wie soll ich sagen, in den Fokus, danke, nochmal in den Fokus zu rücken. Ja, und dann kann man sich entscheiden. Das ist dann wieder die bewusste Entscheidung, diesen Kummer zu heilen. Ja, durch eben entsprechend notwendige Bewusstwerdung, ne, was weiß ich. Ja, nagt es hier an meinem Herzen, weil ich hier in meiner aktuellen Beziehung immer versuche, die Beziehung zu meinem Vater zu heilen. Was nicht geht, ja, weil es zwei verschiedene Menschen sind, ne. Nagt hier an meinem Herzen Kummer, weil ich immer wieder in die gleiche Spirale komme, ja, und nicht in der Lage bin, über diese hinauszuwachsen, ja, weil ich nicht Nein sagen kann, ne, weil wir haben ja in der WhatsApp-Gruppe gerade die Halschakra-Challenge. Ja, da geht es im Übrigen auch heute, heute ist der vierte Tag der Halschakra-Challenge. Da steht die Frage in der WhatsApp-Gruppe, die habt ihr in der Infobox, ne. Neige ich dazu, etwas zurückzuhalten oder hinunterzuschlucken, ja, was passiert dann? Es bleibt dann durch diese Entscheidung ein Kummer, der am Herzen nagt, ja, und der dann wächst, ja, immer größer wird, weil man es eben weiter zurückhält beziehungsweise hinunterschluckt. Ja, man braucht dann, um aus diesem Kummer herauszuwachsen, ja, da in diesem Lebensbereich dem Herzen Heilung zu geben, die Entscheidung, da haben wir als Tagesenergie im Wochenorakel für morgen dann angezeigt gehabt, ne, darüber hinauszuwachsen, darüber hinauszugehen, ne, eben etwas nicht hinunterzuschlucken oder zurückzuhalten, ja, sondern die Energie, ne, aus dem Herzen fließen zu lassen, ja. Von außen haben wir hier für heute die Entscheidung angezeigt, dass man bereit ist, ne, in einer Beziehung eine neue Stufe einzugehen, den nächsten Level anzugehen und dann ist aber eben die Frage, beruht das hier auf Gegenseitigkeit, ja. Gibt man dieser nächsten Stufe eine Chance, ja, oder sind da noch Ängste, die am Herzen nagen und deshalb braucht man da noch mehr Zeit? Beruht es hier auf Gegenseitigkeit? Ja, das ist es doch wert, hier nochmal reinzuschauen. In den Tagesorakeln, in den Tagesimpulsen für die einzelnen Sternzeichen hatten wir eben, dass der ein oder andere jetzt auch dazu neigt, zu Substanzen zu greifen, um eben, ja, das Halschakra, ne, wieder die Frage aus der WhatsApp-Gruppe, neige ich dazu, etwas zurückzuhalten oder hinunterzuschlucken, ja. Und da hatten wir jetzt in den Impulsen für die einzelnen Sternzeichen bei dem einen oder anderen Zeichen liegen, dass da, ähm, zu Substanzen jetzt auch gegriffen wird, ja, um das Herz eben still zu kriegen, ja, und, äh, da dem Kummer aus dem Weg zu gehen, ne. Ja. Aber hier sind wir ja jetzt in den allgemeinen Energien, ne, und deswegen gucken wir nochmal, was haben wir hier für die Allgemeinheit liegen. Dass die, ja, das, was wir im Wochenorakel liegen hatten, ja, dass die nächste Chance kommt, wenn man bereit ist, äh, die nächste Stufe, ja, in Beziehung kommt, wenn man bereit ist, eine echte Chance reinzugeben. Aber wichtig dabei ist das, was wir im gestrigen Orakel hatten, dass es eben auf Gegenseitigkeit beruht, ne. Also das ist hier nicht, ähm, nicht die Ebene, so wie wir es, äh, im gestrigen Orakel bereits erklärt hatten, ja, ähm, Kummer im Leben weiter auszudehnen, sich dafür zu entscheiden, ja, so nach dem Motto ist das zwar alles scheiße, alles liegt brach, ja, aber hätte, hätte Gartenkette vielleicht in 20 Jahren oder vor 20 Jahren, war einmal, ne, ist einmal oder war einmal, ne, also nicht in Illusionen, sondern in Frühlingstag und Nachtgleiche in Gegenseitigkeit, ne. Das ist, äh, gestern im Orakel ja noch mal drauf hingewiesen worden, ne. Ja, wenn man dann so eine lange Schriftrolle, ist das Bild, was ich kriege, ne, so eine lange Schriftrolle ausrollen muss, ja, wo dann erst mal 20.000 To-Do-Punkte draufstehen, ja, dann ist das Quatsch, ne, weil dann hat das nichts mit Liebe zu tun, sondern dann hat man das was mit, ähm, was weiß ich, ich hab mir mit dieser Person was aufgebaut, ja, und ich hab keinen Bock, noch mal von vorne anzufangen und deswegen soll sich die Person jetzt gefälligst ändern, ja. So, so was halt, ne, das ist nicht Liebe, ne. Und dann dehnt man eben diese Energie durch diese Entscheidung natürlich im Leben aus, ne. Das hat nichts damit zu tun, dass man hier die Liebe aus seiner Wurzel heraus fließen lässt, ja. Aber das haben wir gestern alles im Orakel erklärt. Nun noch mal der Hinweis darauf. Jetzt ziehen wir hier noch mal für den Jungfrau-Mond eine zusätzliche Botschaft. Ja, hier, schau, ne. Und das ist auch wieder der Hinweis vom gestrigen Orakel, ne. Gucke, ja, ob es da sichtbare Ergebnisse gibt. Na, also nicht hier in der Illusion, ja, ähm, ich muss hier einfach noch fünf Jahre, äh, daran kämpfen, dass ein Alkoholiker, um jetzt mal wieder auf die Substanzen zu gehen, ja, oder, was weiß ich, ein Kiffer oder ein Zocker, whatever, ja, ähm, ähm, jetzt trocken wird, ne. Das, äh, geht nicht. Ja, das, das ist eine Entscheidung fürs Leben, die diese Person selber treffen muss. Ne, ansonsten, wenn man da, ähm, kämpft, ne, jede Art von Kampf, alles, was Kampf ist, und auch das hatten wir schon im Wochenorakel angezeigt, ne, ähm, ist halt eben nicht Liebe, sondern ich will, ne. Ich will aber, dass du ohne Süchte bist. Ich will aber, dass du, ähm, nicht verheiratet bist. Das hat wenig mit Akzeptanz und Annahme zu tun, ne. Und da, wo es aber auf Gegenseitigkeit beruht, ja, und, ähm, man einfach nur, ne, Angst hat aufgrund der vergangenen Erfahrungen, Liebe wachsen zu lassen und den Weg der Liebe im Leben zu gehen. Da werden jetzt ganz schnell, wenn ihr Beziehungen eine echte Chance gibt, ja, Ergebnisse sichtbar werden. Warum? Weil wir in Beltane gehen. Ja. Aber da geht es eben, ne, um Gegenseitigkeit. Und aus der heraus wird die nächste Stufe geboren. Und das ist wunderwunderschön. Und mit dieser werden ganz, ganz schnell Ergebnisse sichtbar werden. Und, ne, und dass man sich dann überhaupt diese Frage hier stellt, ne, obwohl das hier vorhanden ist, liegt dann entweder, ja, weil hier noch Kummer am Herzen nackt, der heilen darf. Oder, ne, weil da eben, ne, die Wurzel schon längst vergiftet ist, ja, und man einfach Angst davor hat, ne, im Leben nochmal neu zu wählen. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, weil das hatten wir die letzten Tage. Und wenn das bei euch so ist, dann wirft der Vollmond auf diesen Schattenaspekt jetzt sowieso sein Licht, ja. Weil dafür sind jetzt schon entsprechende Karten im Spiel wieder hier, ne. Ach so, habe ich euch gar nicht reingestellt hier. Karten im Spiel, ne. Ihr Süßen. Mein Kartendeck kommt da dann natürlich auch direkt wieder ins Spiel, weil es geht halt nur mal um das Ich und Du, ne. Das habt ihr in der Infobox. Das, ne, das hier. Schaut mal und wieder alles grün, ne. Und das habe ich ja auch schon gesagt, dass wir eine ganz hohe Raphael-Energie hier gerade haben, ne. Indem eben, ähm, der Vollmond auf diesen, auf das, was den Wachstum stört, ne, was hier noch an der Wurzel sitzt, ne, oder was hier am Herzen nackt ein Licht wirft. Ja. Ja, hier schaut, da haben wir das geschlossene Halschakra, ne. Deswegen machen wir ja gerade die Halschakra-Challenge in der WhatsApp-Gruppe, ne. Und das ist das, was ich ja vorher auch schon gesagt habe, ne. Die Dinge stagnieren, ne, wenn man dazu neigt, etwas hinunterzuschlucken, ne, zurückzuhalten, ja. Weil das ist keine wirkliche Verbundenheit, ne. Da gibt man einer Beziehung nicht wirklich eine Chance. Ja. Ja, genau, ne, da haben wir die Spiegelung, weil wir noch im Gleichnis sind, ne. Dann kommt halt dementsprechend kein Wachstum rein, ja. Dann wächst man hier, wachsen die Herzen auch nicht zusammen. Das geht gar nicht, ne. Das hatten wir auch bei einem Sternzeichen heute, ja. Weil dann regiert halt die Oberflächlichkeit, ne. Und wenn Oberflächlichkeit regiert, dann driftet man eben auseinander und nicht zusammen, ne. Dann spaltet sich, dann trennt sich der Lebensweg, ne. Das ist der Anfang davon, ja. Ja. Das ist ja ein gruseliges Bild, oder? Guckt euch das mal an. Gitte, gitt, bäh. Gitte, gitt, bäh. Ja. Das ist hier gerade so der Schattenaspekt, ne. Der liegt im Halschakra. Ja. Und kommt dann halt, ne. Hier sieht man das auf der Karte auch so schön, ne. In die Reflexion, in die Spiegelung, ins Echo, ins Resonanz gesetzt, ne. Das heißt, da. Du sagst nichts. Ich sag nichts hier fremdbestimmt, ne. Fremdbestimmt von anderen. Dann haben andere einen großen Einfluss auf eine Verbindung, ne. Weil diese Person kommt dann hier quasi dazwischen, ja. Man tauscht sich dann vielleicht, ne. Mit Kumpels, Freundinnen aus, ne. Kennt man ja. Aber da, wo es direkt hingehört, der direkte Weg, der bleibt dann halt eben aus. So. Und das schafft dann halt eben Raum für Illusionen und schafft eben auch Raum dafür, dass andere Einfluss nehmen, ne. Ja. Und die nächste Stufe erreicht man halt, ne, wenn man der Verbindung, ne, direkt eine Chance gibt, ne. Hier nenne ich sich nicht der Meinung von Dritten, ne, die in dieser Verbindung gar nicht drin sind, ne. Damit die Erlaubnis gibt, sich einzumischen, ne. Das wäre dann jetzt halt der Schattenaspekt, ne. Auch da werden Ergebnisse schnell sichtbar, aber die haben dann halt diesen trennenden Aspekt, ne. Und nicht den verbindenden und gegenseitigen Aspekt, ne. Und deswegen war auch Halschakra, habe ich jetzt auch gerade 16, 16 gesagt, ne. Wieder in der Spiegelung. Und deshalb auch die Halschakra-Challenge, ne. Neigst du dazu, hier den Schattenaspekt, ne. Neigst du dazu, Dinge zurückzuhalten oder hinunterzuschlucken, ne. Dann erschaffst du, kreierst du selbst den Raum der Illusion, ja. Und wirst auch entsprechende Spiegelung erfahren, bist du jetzt bereit, das, ne, diesen Aspekt aufzulösen und deiner Verbindung eine echte Chance zu geben. Dann werden hier jetzt schnell Ergebnisse sichtbar und fühlbar. Voll toll. Na gut, je nachdem, wie man sich entscheidet, ne. Ja. Nein, mir wird gesagt, so oder so voll toll, ja. Für die einen voll toll, weil sie eben schnelle, sichtbare Ergebnisse haben. Hier im Mai, Beltane, ne. Echte Verbundenheit, ne. Und für die anderen auch, weil sie eben einen Lerneffekt haben. Okay. Gut, dann lasse ich das mal so. Ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr was habt, wisst ihr ja sonst auch, wo ihr mich findet. Bis dann. So.